Doch guck doch mal da! Da steht Kartenkalk. Da kick des WWS-Type. Wie wachst du? Suu-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su. Was? Alter! Hey mal Robbock, um was geht's? Hier ist euer Oliver, Dominik und Louis und Colin. Darf ich wissen? ich habe ein kräuter kohle wollte wollen wir meine eigene er hat ein wollen wir meine eigene kampfmaps spielen ja okay aber wenn die schweißen würden ich sehen dich mit dem spiel was aber für fortnite genau für fortnite soll die spielte t4 settings ich habe mich anders bei mir ich habe einstellen alle kommen das doch nicht meine ist cringe die muss noch verbessert werden die dann macht kreis 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 nachdem der breite kreis kreis den hast du von mir bekommen der domenikus ist mit seinen sieben flex ihr habt doch bei dieses kind von mir bekommen oder hat die frau hat die fraude eigentlich ja die frau hat den goldenen bitte vielleicht nicht mit sieben jahren weil sonst kommt ich durch die flieber louis hat den controller kaputt weil kein bock auf sein leben hat die kann nicht mehr ach lasst mich doch alle weiter und es kommt nicht auf die mann er kann durchgängig springen er hat auch keine augen das ist 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 das was ist das man hat aber ich möchte nicht mehr mit einem Verbrauch-Laser, der spielt mit Kötzchen. Ja, der spielt taktisch. Und gut, der ist immer nicht. Oh mein Gott, S.G. Ich wusste, wie du bist und dann nicht kannst. Ich mach mal Oli-Tröcke, ich schnur zu Lohen-Hits. Als erstes ist 30er und dann ist es 60er. F***er, wie hat der mit den Köln? Jürgen, konntest du gerade in meiner Box-Telling drücken? Jürgen, Jürgen, Jürgen wurde von euch gelasert. Aber es ist die Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte, ich bin der Karte. Sofort, Mann. Ey, Marsch! Jürgen, mach dich mal! Marsch, du kommst da von hinten. Ey, Mann! Ja? Ja. Ey, Bruder, Oli, du kannst ja auch nur sprayen! Nein! Marsch, geh doch weg! Alter, Luise! Los, zeig der Mars-Face! Oh, Dominik! Nein, Dominik! Nein! Luis, die nachhol ich zu kapieren! Ich war grad so hinter dir! Nein! Nein! Schieß doch mit der Papp! Bei dir hab ich... Bei dir hab ich auch gar keinen. Alter! Oh mein Gott! Verpiss dich von mir, Luise! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gush! Oh mein Gush! Oh mein Gush! Oh mein Gush! Oh mein Style! Scheiße! Ach komm! Hey, Luise, ich will richtig... Oh mein Gush! Ich hab Luise als Karma einfach nen Headshot gegeben! Mit seiner Ehe! Ich hätte nur einen verdrücken müssen, oder? Jo, ich hasse dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dominik, nein! Das ist grad nicht passiert! Guck mal! Dir geb ich ja 182, ne? Nein! 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 Luise! Beruhigen Sie sich! Colin F. Enne, beruhigen Sie sich! Dominike, beruhigen Sie sich nicht! Dominik, also ich hatte grad ne richtig krasse Lauf! Jo! Jo! Ja? 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 Ja, ich krieg da die Filme an, auf mich run related, auf mich alle laden! Oli versteht Kutz sein, Juni! Äh, Oli... Von wo kam der jetzt her? Nee, ich hab's! Ich hab's! Ich bin da wieder voll HP hast! Ich dachte, der 121er ist noch drauf! Ich dachte, dass das so wenig HP hast, ne? Jumis, du kleines Bray! Ich hoffe, deine Mutter stirbt im Krieg! Jumis, Dominik, ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gush! Oh mein Gush! Oh mein Gush! Oh mein fucking Gush! Du Dominik, lasse dich! Jumis, gib kein Wurz an! Jumis, gib kein Wurz! Ja! Oh mein Gush! Jumis, gib kein Wurz an! Oh mein Gott! Oh mein Gush! Es leckt so hart bei mir! leider wurde natürlich bei vodafone also wer vodafone nutzt ist auch so ich nutze irgendwas anderes auf dem vodafone also ich leute immer seitdem der sturm war seitdem der sturm war war das internet scheiße aber immer so vor den sturm da war einmal nur zwei oder so ich mache ich treff bei hier die gar keine waffe hier vor die maschine aber ich habe mich dann fokussend auf dem spiel ist nicht so wie Mama, ich hab das Jungen an. Ja komm, komm. Nö. Gushima Gushii. Ich hasse dich. Dominic Colt ist ein... also der war selbende Eingrott. Das meiste war Marsch, das war ich nicht. Sorry. Oh mein Gott! Stopp! Ich drück Colt und Person. Ich drück Colt und Person. 116 Erbs. Mama! Luis ist ein kleiner Hu. Luis ist ein kleiner Hu. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist die Leidenschaft von Graz. Du, Großvater. Oh, die kann auch nur sprayen. Ich spray? Nee. Ich muss Luis überholen. Mann! Luis! Oli, wie viele Grundsieger hast du eigentlich? Weg! Oli, wie viele Grundsieger? Weg! Weg! Oli, wie viele Grundsieger? Oh mein Gott! Luis jetzt! Leg deine Sprecher weg! Ich schwör auf alles! Ich guck zu dir privat nach Hause! Oh mein Gott! Kalle! Ich shitter euch gerade Leben shitteln! Von euch! Außer von hinten! Yo! Von hinten! Geht er weiter? Luis leg deine Sprecherbobbe weg! Komm! Geht er weiter! Ach komm! GG! Ich bin kurz und traf Luis aus der Freundschaft! GG zu löschen! Weil jeder... Ich wollte nicht mehr zwei HP haben! Oh! Oh! Sorry! Das war mit meiner Schuld! Oh! 116! Echt! Smagli! Mach! 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 Du war eigentlich nö! Luise! No! Ich lösche ihn ab! Ja! Ich lösche ihn jetzt auch! Ich hab ihn stumm gescheitelt! Ich hab doch nur mal ganz normal mit der Pump... Hier! Ich hab ihn stumm gescheitelt! Warte! Ey! Sag ihm mal, dass ich gar nicht mal dabei mit der Pump geschluss habe! Ja! Ich hab manchmal rufen, aber er geht nicht ran! Okay! 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 Ich lösche ihn jetzt mal auf! Also kurz! Dominic! Nein! Ach komm! Du wärst jetzt der dritte demnischen! Womp! Aber das geht nicht! Ich lösche! Ich werde Luis jetzt blockieren! Junge! Junge! Warm! Schlecht! Schlecht! Ich mach noch meinen Köln, dann muss ich nicht erst mal auf! Alter! Ich schwöre auf alle Sicht auf mich zu verbessern! Ich bin nämlich auch Dominic! Ich wusste, er ist so hart! GG! candy! G! Geh! A ollie hast du auch echt gelöscht louis ja es macht wirklich kein baum spiel jetzt ganz normal mit einer pump ich jetzt ganz normal nein du kannst ja mit der ar aber nicht durchgängig gg gott sich durchbauen aber ich will jetzt nicht haben wollte entschuldigung du kannst ja mit den spielen aber nicht nur durchgängig das nervig wenn du damit durchgängig spraust gg oh mein gott die ollie auf was den hoffst du dass der bein super hinschen super hinschen was soll ich hab ein das ist geiler ich hoffe dass bald sternstab reinkommen wird er nicht er war ja erst mal kurz wie der donner nein letztes jahr zuletzt nein dieses jahr schon nein aber dieses jahr echt schon doch 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 ich schwör mein gott die ist neuer hat sich die dieses jahr gekauft der war wo diese scheiß og noskins drin waren weißt du hätte die im marsch alter luise ja ich will doch gar zu machen wenn du da packst oh er ist so low komm her oh gepick axed oh schlecht ich hab gewonnen wollen wir zurück zur lobby und ich äh zurück zum zentrum ok oh hey ich konnte nicht zurück zum zentrum ich bin jetzt in der lobby was machen wir in der zeit hm was denn ich bin immer gruppen anführer was machen wir in der zeit ja weiß ich nicht kann eine geile äh ich kann eine geile im web rein machen äh können wir heute einen sick spielen ne doch können wir ja ja könnt ihr noch vier stunden wach bleiben vier stunden warum warum kommt der neue item shop vier stunden 41 minuten ne ich nicht sorry ich nicht sorry mir ist nicht sicher ich hab beim ist nicht sicher oliver beim ist nicht sicher vielleicht wollen wir arena spielen ok 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 wer soll uns carryen spielen von den arena pumpen habe ich 1000 mhm wer soll richtig gut spielen von uns also richtig am besten alle oder wer ist der beste hier alle nein wer ist der beste warte warte wir machen eine kurze rollen verteidigt ok ja also marsch du bist der supporter ok was du machst uns kompliment also zum beispiel ollie du bist grad richtig gut und äh gibst uns matt und heal ok 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 oliver oliver mhm du bist der igl ok also was bedeutet das nochmal du musst für unser trio musst du sagen wir gehen jetzt zum beispiel zono oder so ok du musst uns sagen was wir machen du bist der anführer ok ja äh ich bin der fragger und tarpe ok tarpen sind das zeig ich euch ok ok ich bin der fragger ich muss viele skills machen auf der suche luis muss heil und mette haben wir beide müssten ganz normal waffen haben ich darf auch waffen haben oder nein ja ja eine höchstens äh doch ja hallo muss mich auf wir brauchen heilung wir brauchen heilung nämlich ja oliver wir brauchen aber nicht das ganze wett hat von luis also andere schon was mitnehmen wir landen schon außerhalb luis du machst arena rein ne warte ich hab ne geile map secret louis ah shit nein wir zocken jetzt arena wir machen jetzt arena warte na ich ruf den an ok also ihr könnt schon mal arena rein machen ich ruf ihn nur kurz an ich bin mein pferd ich bin mein pferd ollie 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 wer ist glatt wie er dazu komplett ach so und ollie 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 Ich kreide mal kurz mit ihm. Mann, du mir da! Nein, warte. Louis? Die wollen unbedingt mit mir Arena Trio spielen. Die wollen Arena-Boot-Boot-Boot-Star-Kassel. Jetzt könnt ihr wieder reinmachen. Let's go, baby. Okay. Okay, okay, Mar. Okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Einfach nur L11 genannt. Der Dominik L11 hat den ganzen Abend sitzen, weil er geboren ist und sowas. Einfach Maschler der Hübsche. Olli, 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 Olli. Olli, 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 Olli. Ja, nein, nein, nein. Nicht da. Doch komm, bitte. Lass ausverhalten ein bisschen. Und das ist innerhalb. Nein, bitte, bitte. ich bin schlauer spiele sonst würde ich nicht 3.400 ich habe mir schon gedacht dass wir dann jeder bekommt jeder bekommt ein jeder bekommt einer doch zu viele jeder bekommt eine kursor Okay, also jeder bekommt einen Tresor. Der Tresor wird auf sein. Ja, aber dann... Ja, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Was? Ja, drücken wir Hits. Drücken wir, haben wir schon einen Hits gedrückt. Ja, es sind halt Pro-Gamer. Alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir. Ja, ich komm, ich komm. Ich fahre noch ab, ich fahre noch mehr hier ab. Ja, was ist? Ja. Nee, nee, oh nötig. Hier kann noch niemand sich gönnen. Aber mach dich schnell, bitte, mach dich schnell. Ich fahre gleich nach oben. Luis! Komm! Okay. Richtig hoch angehen, Marsch. So, schade. Dankeschön. Und jetzt hier nochmal für euch. Ah, zwei haben wir noch, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Marsch, hast du Metz? Hast du schon Metz? Ich habe Oliver gerade eben gegeben. Hast du, Oli, Oli kann ich ein bisschen, bitte? Weil ich, ich glaube, ich baue am meisten. Danke, danke. Reicht, 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 reicht. Jetzt habe ich 200, äh, 200. Ja, okay, das reicht. So, jetzt hoch, 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 komm. Warte. Ihr, geht? Ich mach so, okay, ich mach so ne Action. Ablenkung, ne? Shit, wir müssen die, äh, Marsch, mach mal hier die Bäume, äh, Bäume weg, bitte. Mach ich? Ja, Sir. Nach wie viel komme ich? Oh mein Gott, das sieht so cringe aus, was da passiert mit dem, oh. Aber es sah so cringe aus an den Bäumen. Ich mach alle Bäume weg, die ist hier. Ne, ist gut, jetzt brauchen wir nicht mehr. Ah, Dominik war drinnen. Egal. Ich, ich farm für euch jetzt noch ein bisschen Mets. Ja, ich auch, ich muss auch noch. Oli, geh noch nicht alleine, okay? Bei mir Gegner. Zwei Gegner, aber ich seh die, äh, ich vercampe. Ja, warte, ich komm, ich komm. Die sind gerüften, die rüften. Ja komm, spülen, sie spülen. Nein, nein, nein. Viel Spaß hier, Mann. Doch, doch, doch. Ich hab keinen Aim. Hinter mir, hinter mir. Du bist weg. Junge. Ich bin so tot. Ui, 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 er ist slow. Also, er hat Picking jetzt auf jeden Fall. Nix auf hier. Ah! Let's the Buries! Bei mir, bei mir! Ich weiß es nicht. Marco, bist du mal wieder? Ja, ich fahr mir grad noch ein bisschen Mets. Tut mir leid. Jo, Mann, Marsch! Du musst doch nicht die ganze... Ne, so kann ich nicht spielen, ne. Ne, ne. So mach ich nur Arena-Punkte Minus. Ne, schau. Wir haben das mal Plus gemacht. Also, ich... Äh... Ich warte ja auch Arena-Punkte jetzt zum Minus-Pall. Junge, was ist denn nötig so ein bisschen? Ah! Oh mein Gott. Finish ihn! Finish ihn! Luz ist doch klar! Suche so'n'n kleiner dummer Bastard! Man muss ihn finishen! Junge, ich kann nicht immer alles! Man muss ihn finishen! Man muss ihn finishen! Und dann kriegt man Leben! Merken ist der, Buccia! Buccia, Buccia, Buccia! Und er nennt sich Pro-Player, Alter! Du hast es probiert, aber nächsten schaffst du es! Allerletzte Chance, sonst kicke ich! Ich hab's probiert, ich krieg's aber nicht hin! Man muss einen finishen! Man muss... Man muss einen finishen! Dann kriegt man Leben! Kannst du das Wort Arena bekommt man Leben, wenn man einen hörtet? Ne, kannst du glaub' ich nicht! Wie viel Leben? Wer ist der Buccia? Mach's jetzt noch bereit! Ich hab's schon bereit gemacht! Ich hab's schon bereit gemacht! Hä? Wuhh? Wuhh? 000 000 Colin Suchti, du hast Naomi Oskar, oder wie er heißt? Naomi Oskar. Ja, du hast ihn, oder? Ja. Geld Suchti. Warum? Colin, wo hast du dein Profil mitgemacht? Ähm, was weiß ich. Hab einen. Oh, komm, GG Colin. Aber es ist ein schlechter Guthaar, hat er den Hit gedrückt? Ja, natürlich gibt er einen Hit. Also er ist jetzt, er war kein Bot, aber ich komm jetzt erst mal zu euch. Gar kein Bot mehr auf dir. Na gut, ich hatte eine Pamp und eine Spray, also war es schon ein bisschen leichter für mich. Hat die, äh, Marsch, hast du Pamp-Munition? Ähm, nein. Hast du, äh, MP-Munition? Oh, nee. Ich hab nicht mal MP. Nee, wenn ich diesen Skin schon mal sehe. Oh, nee. Mir wird das jetzt schon schlecht. Welcher denn? Den, den du jagst. Also den wir jetzt jagen. Oh, ey, das war, den hattest du mal, den Skin, hattest du mal. Ja, auf meinem Dings-Account, aber oh, nee. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil, den spielen, spielen sehr viele Profis und die machen denen alle nach. No, Joe. Olli, nein, Olli, warte, ich kann ihm zwei Minis geben. Flip-Biggis. Was hast du, Liga? Mehr als deiner Mutter, wahrscheinlich. Aha. Äh, zauen, alle zauen. Oh, okay, wir fahren bis zwei, wir fahren bis, wir fahren bis, äh, 1 Minute 59 und dann, ja. Und dann gehen wir sie um. Nee, denn das 1,30, dann haben wir eine Orte gezahlt. Colin, ich gebe dir gleich full Mats. Kannst du mir auch geben, Louis? Ja, nein, ich teile das dann auch, bitte. Ja, das ist, vertrau mir. Oh, Louis, komm mal. Marsch, 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 hier. Soll ich aufbewahren oder lass mich hier? Hier, 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 ich habe genug, ich habe drei Minis und ein Medikett. Ja, warte, warte, warte. Ähm, ja. Wo ist mein Holz? Ey, nicht nur dein, Talle, du teilst man mich auch auf? Ja, okay, dann teile ich auch. Oh, jo, nein, ich habe schon zu viel. Nimm das hier. Wie viel hast du? Marsch, hier, nimm, nimm, nimm. Wir haben zu viel. Dann kannst du uns das nachher nicht geben. Alle sauen, alle sauen. Ja, okay, oder? Ja, okay, kommt, sauen. Ja, okay. Oder? Oh, das ist das nicht. Hast du Corona? Nein, ich habe kein Corona. Oh, danke schön. Warte, 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 ich will mich oben drauf stellen, bitte. Oder hinten. Nein, lass mich hinten. Ey, bleib doch schnell wie die Ochsen. Du lachst. Jetzt komm, fahr. Ja, danke. Hau auf, zu schießen. Marsch, hörst du wieder auf, zu schießen? Jetzt fahr, fahr, fahr hier lang. Hier ist ein Jumphead. Oh, nee, Oli, wenn ich schon sehe, wie du fährst. Festhalten, festhalten. Ja, Gott vom Himmel, schick meinen Schwanz. Ich habe so viel geschwanzelt und da ist er mir abgeschwanzelt. Marsch. Oh mein Gott. Ja, ich habe den Lut. Ja, ich mache eine neue Anzeige für den Lut klein. Nein, warte, hier ist doch eine Kiste, ich ziehe da draus, mach gut das für dich, okay? Marsch, ich öffne das. Nein, bitte, Marsch. Da kommt jetzt nur die, guck, Oli wollte, glaube ich, noch eine geile Waffe. Und du musst es öffnen. Ey, du kleiner Hurensohn. Nee, reicht mir. Lui stirbt jetzt mal. Ach komm, ich komme nicht drauf. Alter! Also, weil euch geht, ne? Nee, ne? Nein, ich will aufs Jumphead bringen und dann teleportiert er sich zu Villa und dann wieder hin und... Nein, 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 nein. Ach, schau. Marsch, siehst du noch den Typen, den wir jagen? Nein, der ist schon eliminiert, oder? Ja, der wurde schon getötet. Es könnte sein, dass das ein Friend von mir war. Hey, wie wurde dein Account gebannt, wegen was denn? Bei TikTok? Nee, du weißt schon. Weiß ich nicht. Aufs Black-Name-Account. Weiß ich nicht. Einfach so. Ich konnte einfach nicht mehr... Ja, ich konnte nicht mehr drauf. Entw... Ich hab keinem meine Daten gegeben. Außer meiner Mutter halt. Vielleicht spielt sie jetzt halt nicht mal auf ihr Handy Fortnite. Ja, halt dann mal. Auf dem Handy kann man gar kein Fortnite nicht. Doch, kann man. Doch, äh, geht über die E-Mail-Adresse. Ja, über so eine neue Scheiß-App, aber... Aus Prinzip her, hä? Bestimmt spielt meine Mutter Fortnite, hä? Ja, die ist man gerade als Mutter. Wer braucht Mets? Ja, ja. Wer ist sie ja denn? Face-Mutter. Äh, nee, ich hab genug, ich hab genug. Ich hab aber auch ganz genug Holz. Hat sie mal schon eine Schatzkarte? Ja, ich hab ein bisschen ab. Holz? Nein, leider nicht. Ich hab nur zwei Waffen und das andere ist alles Ziel. Colin, was hast du denn gerade aufgesammelt, was golden ist, was für eine Schatzkarte aussah? Nein, das war nix Gottes, das war nur mein Ranger. Achso, das war hier das hier. Ähm, gibt's hier noch irgendwas, also wie viele Spider-Vans gibt's immer auf der Brücke? Drei. Okay, dann rein. Oh, hier, ah, Feuerpistole, äh, bin ich am Überlegen. Ah, nee, er wird wie gut. Kommt ihr alle? Seid ihr alle fertig? Ich brauch Spider-Netz. Ja. Ja, dann beeilt euch bitte, weil die sprayen da schon. Okay, ich, ich muss da hin. Ich muss schnell ab. Ja, danke, dass du mir meine Waffen, danke, dass du mir meine Waffen, danke, dass du mir mein, äh, dass, äh, der Herr Louis, äh, ich hab doch gemacht, ich hab doch ganz normal meine Waffen geholt. Ja, aber warum klaust du mein, warum klaust du mein Spider-Man? Ich klau auch nie deinen Spider-Man. Da ist ja eh nur noch acht drauf. Aber diese, nur zehn Spider-Netzel leckten mich am Arsch. Kannst du fragen, wie wir wissen? Oh, ich bin dead. Ja, Oli. Komm mal bitte. Oli, du kommst schon mal da hervor. Ich komm mit. Bei mir sind gerade unnormal viele. Komm mit. Jo, ich bin dead, ich bin dead. Ich bin doch dead. Mit wem hast du nur gepickt, warum, wie bist du denn? Ich laufe in drei Boxen. Nein. Reg mich auf wie, wie Karl-Heinz-Otto. Oli, ich würd dich mich nicht einwischen. Ich hab keine Chance. Du hast keine Chance damals. Kannst du alles Spider-Man nutzen? Die kriegen dich noch gehitten. Geschüttet. Geschüttet. Ich bin deine Nutten-Söhne. Als wenn die keinen Wallhack anhauen. Oli, alles gut. Die haben einen Wallhack. Die haben einen Wallhack. Nein. Nein, das ist fake. Der Oli, der mischt mich. Die killt hat, war ein Handyspieler. Hä? Wirklich. Die haben Handys... Die spielen alle auf Handy. Also... Ja, auf Handy kann man hätten. Oli, der PC, einer Fläsch... ...nur so'n kleiner Huren-Bastard. Kann nicht aus anderes aus das Bohlen. Ihr kommt mal richtig, oder? Ich hab nicht mehr... Ich bin gleich wieder da. Ohne Bhab... Ich hab bereit. Und es war... Und ich hab... Mit der Hau, muss ich auch die Klämme sehen. Das verlassen und alleine spielen, also nur mit mir beiden, anstatt nicht. Na warte, da muss ich kurz mein Internet besser machen, ok? Na gut. Ich verlasse schon mal. So lange die Musik läuft, ist Pause. So. 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 So.